Somalia und die Türkei haben einen neuen Vertrag unterzeichnet, der die türkische Marine beauftragt, ihr somalisches Pendant in den nächsten zehn Jahren auszubilden und zu unterstützen. Bei dem Pakt geht es sowohl um das Sicherheitsgefühl von Mogadischu, als auch um Ankeras Bestreben, seine Seemacht über die eigenen Grenzen hinaus auszuweiten. Die Einzelheiten des Abkommens sind nicht vollständig bekannt, aber kurz darauf unterzeichnete die Türkei und Somalia ein zweites Abkommen, dass der Türkei die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in somalischen Gewässern erlaubt. Damit hat Somalia seine gesamten Hoheitsgewässer und Meeresressourcen an die Türkei verpachtet. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind weder neu noch überraschend. Die Türkei waren schon in Somalia aktiv, als alle anderen das Land noch im Stich gelassen haben. Die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen sind daher eng. Die Türkei hat in Somalia die erfolgreichsten Ausbildungs- und Ausrüstungsprogramme der Welt durchgeführt. Hunderte von somalischen Berufsoffizieren absolvieren jährlich diese Programme. Jetzt treten die bilateralen Beziehungen in eine neue strategische Phase ein. Durch die beiden Abkommen mit Somalia wird die Türkei neue Verträge für ihre Rüstungsindustrie und vermutlich auch für andere türkische Geschäftsinteressen abschließen und gleichzeitig ihre militärische Präsenz am Horn von Afrika und am Roten Meer festigen. Der Sicherheitspakt ist jedoch mit strategischen Verpflichtungen verbunden, denn wem viel anvertraut wird, von dem wird auch viel erwartet. Somalia könnte durchaus die Definition eines gescheiterten Staates sein. Ruiniert, arm, gespalten, isoliert und gefährlich. Somalia ist kein Ort, an dem Investoren gerne Geschäfte machen. Und dennoch hat das Land einen Verbündeten, der ihm beim Staatsaufbau zur Seite steht. Die Türkei. Seit 2011 wurde türkische humanitäre Hilfe ununterbrochen nach Somalia geflogen. Türkische Nichtregierungsorganisationen beteiligen sich an Entwicklungs- und Hilfsprojekten, während türkische multinationale Unternehmen, wie zum Beispiel Turkish Airlines, Kampagnen durchführten, um Spenden für Somalia zu sammeln. Seit Beginn seines Engagements in Somalia hat Ankara mehr als eine Milliarde Dollar für Programme in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildung, öffentliche Dienstleistungen und Infrastruktur bereitgestellt. Für eine Volkswirtschaft von der Größe Somalias ist diese eine Milliarde Dollar ein kleines Vermögen. Mit der Zeit wurde aus der humanitären Hilfe jedoch eine strategische. Die Türkei leistete wirtschaftliche und infrastrukturelle Hilfe für Somalia und begann dann zunehmend auch mit militärischer Hilfe. 2014 eröffnete die Türkei den Seehafen und den Flughafen von Mogadischu wieder. Bis heute werden beide von türkischen Unternehmen betrieben und die wirtschaftliche Situation Somalias hat sich im Vergleich zu früheren Jahrzehnten verbessert. Später war die Türkei federführend bei einer internationalen Partnerschaft zur Ausbildung und Ausrüstung der somalischen Nationalarmee und 2017 eröffnete die Türkei in Mogadischu ihren ersten Militärstützpunkt im Ausland. In diesem Militärkomplex wurden rund 5000 somalische Kommandotruppen, die sogenannten Gorgor und weitere 10.000 reguläre Soldaten ausgebildet. Sie machen einen großen Unterschied in einem Land, das bisher nur Chaos und Zerstörung kannte. Insgesamt haben die türkischen Programme Somalia erfolgreich zu einem Gefühl der Normalität zurückgebracht. Allerdings hat das Land noch einen langen Weg vor sich. Al-Shabaab-Kämpfer streifen immer noch durch die Lande und die Wirtschaft ist immer noch schwach. Aber man kann den Somaliern einen Moment der Freude verzeihen. Dank der türkischen Programme gibt es einen Fahrplan und einen Weg nach vorne. Somalia kann wieder in die internationale Gemeinschaft aufgenommen werden. Da die Türken jedoch so viel in Somalia investiert haben, wollen sie auch ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen schützen. Daher war der Ausbau der türkischen Marinepräsenz im Roten Meer der nächste logische Schritt. Im Februar 2024 unterzeichneten Ankara und Mogadischu ein Abkommen über die Ausbildung und Ausrüstung der somalischen Seestreitkräfte und die Unterstützung bei Patrouillen der 3.300 Kilometer langen Küste. Das Abkommen ist dabei für beide Seiten ein Vorteil. Für die Türkei ist es eine Gelegenheit, ihren Kundenstamm im Verteidigungsbereich zu erweitern und auszubauen. Der türkische Verteidigungssektor boomt und Ankara sieht sich selbst als Exporteur von Militärgütern und als Partner bei der Ausbildung von Spezialkräften und der Strafverfolgung. Die Türkei ist auch eines der wenigen Länder mit unabhängigen Schiffsbaukapazitäten. Und der Sicherheitspakt mit Somalia wird dazu führen, dass Mogadischu türkische Marineplattformen beschafft. Außerdem ist Afrika ein riesiger Markt für Sicherheitsunternehmen und Dienstleistungen. Und türkische Waffen und Rüstungsgüter sind relativ erschwinglich genug, um sich einen beträchtlichen Marktanteil in Afrika zu sichern. Somalia wird daher als das Tor der Türkei zu großen Rüstungsgeschäften auf dem afrikanischen Markt geschätzt. Angesichts der Nähe Somalias zum globalen Seeverkehr betrachtet die Türkei ihre Präsenz als Teil einer umfassenderen Strategie zur Sicherung von Lieferketten und zur Schaffung strategischer Tiefe im maritimen Bereich. Die vollständigen Einzelheiten des Abkommens müssen noch bekannt gegeben werden, aber sie beinhalten mit Sicherheit Bedingungen, die die Einnahmen aus den Aktivitäten in Somalias ausschließlich Wirtschaftszone aufteilen. Konkret erhält die Türkei einen Anteil von 30 Prozent an den Einnahmen aus der Seefahrt, wenn sie im Gegenzug die maritimen Sicherheitskapazitäten Somalias durch Schulungen, gemeinsame Operationen, Informationsaustausch und Anschaffungen für die Marine stärkt. Aus somalischer Sicht ist ein Anteil von 30 Prozent nicht zu verachten. Der Aufbau und Unterhalt einer modernen Marine ist eines der kostspieligsten Programme, die eine Regierung in Angriff nehmen kann, ganz zu schweigen von einem sehr komplizierten Unterfang. Dennoch sind stärkere Institutionen und Kapazitäten für die maritime Sicherheit für Somalia von großer Bedeutung. Die Küstenlinie des Landes ist sehr lang. Sie ist sogar die längste aller afrikanischen Länder. Daher hat Somalia Anspruch auf eine riesige ausschließliche Wirtschaftszone, in der sich bedeutende Fischgründe und möglicherweise beträchtliche Kohlenwasserstoffressourcen befinden. Unmittelbar nach dem Sicherheitspakt haben sich die Türkei und Somalia Anfang März auf ein zweites Abkommen geeinigt, in dem es vor allem um die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen geht. Das Energieabkommen könnte für Somalia die Wende bringen. Geoseismische Untersuchungen zeigen, dass das Land über potenzielle Erdöl- und Erdgasreserven in Höhe von 30 Milliarden Barrel verfügt, was es mit dem ölreichen Kasachstan gleichstellen würde. Mogadischu hat bereits ein Explorationsabkommen mit der US-amerikanischen Coastline Exploration für sieben Offshore-Blöcke abgeschlossen und die Bohrungen sollen 2025 beginnen. Nach Inkrafttreten des neuen Energieabkommens ist damit zu rechnen, dass türkische Unternehmen gemeinsam mit den Amerikanern in den Ölrausch an der somalischen Küste einsteigen werden. Dank des Sicherheitspakts und des Energieabkommens hat Ankara jedoch einen Vorteil gegenüber Washington. Die türkische Bohrflotte wird in der Lage sein, die natürlichen Ressourcen zu geringeren Kosten zu fördern als bei herkömmlichen Lizenzvereinbarungen. Das bedeutet, dass der Sicherheitspakt und nun auch der Energiedeal die türkischen Marineaktivitäten teilweise durch die Einnahmen aus den Meeresaktivitäten kompensieren. Die illegale und irreguläre Fischerei vor der somalischen Küste sowie die Piraterie kosten die somalische Wirtschaft jährlich mindestens 300 Millionen Dollar. Mit dem Engagement der Türkei wird Somalia in der Lage sein, mindestens 70% dieser Summe einzunehmen, die sonst völlig unerreichbar wäre. Durch Somalias AWZ verlaufen außerdem viele Unterwasserkabel, die die Märkte im persischen Golf mit Ostafrika und dem Roten Meer verbinden. Vor allem das Two Africa Cable und das Eastern Africa Submarine System Cable, die beide in Mogadischu verankert sind, verbinden Dutzende von Ländern miteinander. Wer auch immer in diesen Gewässern patrouilliert, würde damit zusätzliche Verhandlungsmacht über den Indischen Ozean gewinnen. Die Vorteile für Ankara und Mogadischu verstärken sich also gegenseitig und die Vereinbarung ist politisch und wirtschaftlich sinnvoll. Obwohl die Türkei und Somalia schon seit einiger Zeit an dem Seeverkehrsabkommen arbeiten, haben die jüngsten Ereignisse den Zeitplan beeinflusst. Erst einen Monat zuvor hatten Äthiopien und Somaliland eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der Äthiopien ein Landstreifen an Somalilands Küste für 50 Jahre zur maritimen und kommerziellen Nutzung und für den Zugang zum Hafen von Berbera pachten kann. Die Türkei und Äthiopien haben enge wirtschaftliche und militärische Beziehungen. Aber die Einmischung Äthiopiens in Somaliland, das weltweit als Teil Somalias angesehen wird, könnte Auswirkungen haben, die die türkisch-äthiopischen Beziehungen in Zukunft beeinträchtigen. Die Souveränität steht im Mittelpunkt des Streits über das jüngste Abkommen mit Somaliland. Als Gegenleistung für das Berbera-Hafen-Abkommen erwägt Äthiopien, die Unabhängigkeit des separatistischen Somalilandes anzuerkennen, wenn es dies nicht bereits de facto getan hat. Dies offen zu tun, könnte sich jedoch auf die Stabilität der Region auswirken. Zum einen schafft es einen gefährlichen Präzedenzfall. Äthiopien selbst ist nicht gerade die stabilste Nation mit dem größten inneren Zusammenhalt. Die Anerkennung von separatistischen Kräften könnte nach hinten losgehen und Äthiopien selbst treffen. Dennoch wird das Somaliland-Abkommen den Binnenstaat Äthiopien stärken, indem es ihm einen strategischen und wirtschaftlichen Zugang zu den offenen Ozeanen verschafft und alternative Routen zum Hafen von Djibouti sichert, über den aktuell 95% der äthiopischen Exporte und Importe laufen. Das somalisch-türkische Abkommen dient also als Kontrolle und trägt dazu bei, die Souveränität Somalias gegen das zu schützen, was es als ausländische Einmischung ansieht. Der Sicherheitspakt dient aber nicht nur der Abschreckung Äthiopiens. Ein weiterer Punkt, der zu berücksichtigen ist, sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Wenn es um das Horn von Afrika geht, sind die Emirate eine der wichtigsten Machtvermittler. Sie verfügen in Eritrea, auf der jemenitischen Insel Sokotra, im abtrünnigen Somaliland und in Somalia selbst über Anlagen, die militärisch relevant sein könnten. Die Türken wiederum haben im Sudan und in Somalia Fuß gefasst. Die Emirate sind jedoch nicht einer Meinung mit ihren türkischen Partnern. Daher sind die Türkei und die Emirate in eine erbittete Rivalität verwickelt, die sich auch auf das Rote Meer ausweitet. Die VAE billigen das Abkommen zwischen Äthiopien und Somaliland vor allem deshalb, weil sie selbst ein Abkommen mit dem abtrünnigen Somaliland über einen Anteil am Hafen von Berbera unterzeichnet haben. Seitdem sind die wirtschaftlichen und politischen Investitionen von Abu Dhabi sowohl in Äthiopien als auch in Somaliland gestiegen. So haben sich in letzter Zeit zwei Fraktionen herausgebildet. Auf der einen Seite stehen Äthiopien, die VAE und das separatistische Somaliland. Auf der anderen Seite stehen die Türkei und Somalia. Die Machtdynamik hat sich seitdem verschoben und neue Koalitionen zwischen regionalen und überregionalen Akteuren nehmen immer mehr Gestalt an. Geopolitik lässt sich jedoch selten so vereinfachen. In den letzten drei Jahren haben die VAE erhebliche Investitionen in die türkische Wirtschaft getätigt und verfügen daher über einen gewissen finanziellen Einfluss. Das gleiche gilt für Somalia. Die Emiratis verwalten zwei wichtige somalische Häfen, Berbera und Bozazo. Der erste liegt im abtrünnigen Somaliland und der zweite in Somalia selbst. Derzeit verhandeln die Emirate jedoch über den Erwerb des Hafens von Kismayo im Süden des Landes und der somalische Präsident Hassan Sheikh Mohammed genießt enge politische Unterstützung durch seinen emiratischen Amtskollegen. Bei all diesen grenzüberschreitenden Investitionen ist es daher manchmal schwierig, Freund und Feind zu unterscheiden. So hat sich Somalia in den letzten zehn Jahren zu einem Ort des intensiven Wettbewerbs zwischen Ankara und Abu Dhabi entwickelt und trotz der hervorragenden Beziehungen zu Ankara wäre es für Mogadischu also riskant, die Beziehungen zu Abu Dhabi ganz abzubrechen. Allerdings finden diese Aktivitäten vor dem Hintergrund des Gaza-Konflikts und der Angriffe der Houthi auf die Schifffahrtsrouten durch die Meerenge von Bab el-Mandeb statt. Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind angesichts ihrer Abhängigkeit von der Seeschifffahrt besonders hart getroffen. Die Kosten für Schiffsversicherungen sind sprunghaft angestiegen und die Houthis haben es nun auf Unterseekabel abgesehen, die unter dem Roten Meer verlaufen. Dieser Ansturm unterstreicht die strategische Bedeutung des Roten Meeres. Während Somalia der Türkei ein Sprungbrett in den Indischen Ozean bietet, ist das Land dadurch auch anfällig für Rückschläge. Die Beziehungen zu Äthiopien und Somaliland könnten sich stetig abkühlen, während die Emirate den türkischen Einfluss in ihrer Nähe nicht unbedingt schätzen. Das gleiche Prinzip gilt für Indien und den Iran, die beide ein kompliziertes Verhältnis zur Türkei haben. Eine rückwärtige Basis in Somalia würde die türkische Machtprojektion sicherlich stärken, ergänzt durch ihre wachsende Flotte von Flugzeugträgern, autonomen Marinefahrzeugen und Luftdrohnen. Wenn die Türkei jedoch ein neues Schlachtfeld betritt, muss sie sich der Risiken bewusst sein. Stärke erfordert nämlich Verantwortlichkeit. Das war Caspion Report. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen besonderen Dank an unsere Unterstützer bei Patreon. Wenn ihr den Kanal unterstützen und unsere Videos früher und werbefrei sehen wollt, findet ihr den Link dazu in der Beschreibung. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr denkt und hoffentlich hören wir uns bald wieder.